Ich habe mich nicht mehr gesehen. Nehmen Sie eine Zigarre. Meine Frau hat gerade ein Mädchen bekommen. Gratuliere. Ihre Fehler werden zu Ihrem Widerstand führen. Und wir werden nicht besiegt werden. Wer ist das? Huh? Sie sind ihn? Sie. Sie und Ihre Freundin töten meine Frau. Sie sollten sie neben ihr stehen. Oh, mein Gott. Ich bin Abigail. Amalia. Sie ist alive. Ich verstehe. Sie sind. Wie hast du sie zurückgebracht? Sie sind nur ein paar gebeten, um jemanden zurückzunehmen. jemanden special. Was für dich? Kannst du zurückkommen? Warum? Warum hast du alle diese Leute verletzt? Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Vater. Entschuldigung. Entschuldigung. Friedrich! Was? Was ist denn hier los? Worauf wartest du denn? Erschieß sie. Dann mach ich's halt selber! Ich bin. Ich bin. Und ich bin. Ich bin. Vielen Dank.